Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Wir befinden uns aktuell mitten im Krieg. Und den Stapel hier hatten wir uns schon angeschaut das letzte Mal. Da gab es glaube ich eine kleine Erinnerung, genau das machen wir jetzt ganz kurz nochmal. Zur kurzen Auffrischung. Genau, ich habe mal wieder kein Wort verstanden, was er gerade gesagt hat. Vielleicht kann mir das ja einer von euch übersetzen. Was haben wir hier? Ah ja. Was hat uns der Tisch zu erzählen? Nichts Positives, da hängt Blut an der Wand und eine Landkarte, eine blutige. Was ist mit ihm? Was ist mit dir passiert? Sag es uns. Nur wer? Was ist mit der Landkarte? Mal gespannt, was sie uns verrät. Wahrscheinlich den nächsten Ort, wo wir hin müssen. Da habe ich jetzt aber genauso wenig verstanden, was er gesagt hat. Aber gut. Wenn sie weiß, wo sie hin muss, ist alles in Ordnung. Das ist der wichtige Punkt bei der Geschichte. Sie muss es wissen. So, können wir das Blut auch untersuchen? Nein, irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier raus. Geht sie noch irgendwie weiter? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Schneller gehen kann sie gerade nicht. Aber was passiert jetzt draußen? Oh oh. Nix. Äh. Ja, und jetzt? Da rein, oder wie? Wäre jetzt einfach mal mein Wild Guest und meine nächste Anlaufstation, ehrlich gesagt. Oh oh. Ich höre ein Auto, glaube ich. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier rein müssen. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht tatsächlich. Oh, es sieht gut aus. Oh oh. Natürlich mitten irgendwo in der Schusslinie ist das natürlich schlecht. Und, oh, jetzt merke ich es gerade erst. Kommt mir die ganze Zeit gerade schon so komisch vor, aber natürlich. Neue Aufnahmesession heißt neu einstellen. Sehr schön. Hätten wir das auch wieder? Ah, da können wir eigentlich wieder raus. Aber nein, wir gehen mal hier drin weiter. Hier sind wir nämlich einigermaßen geschützt, bilde ich mir zumindest ein. Steht da hinten einer? Ne, okay. Oh. Sah gerade tatsächlich kurz so aus. Was? Was ist jemand verletzt? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier hinten irgendwo. Ich höre dich nur, ich sehe dich nicht. Da unten. Da müssen wir hin. Auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir dem Kleinen nicht helfen können. Dann helfen wir dem Kleinen doch. Der weiß wahrscheinlich noch gar nicht, worum es da wirklich geht bei dem Krieg. Was ist sie? Sie haben nicht mehr ausgewertetert. Ruzli, wenn ich mich nicht fühle, wenn ich mich nicht fühle, wenn ich mich nicht fühle, wenn ich mich nicht fühle. Sahira, bist du Sahira? Wie kann man das tun? Sorry, I don't understand a word you're saying. Salim, Salim. Your name is Salim. Salim. Jody. I'm Jody. Jody? Jody? Jody. 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 Oh shit. Looks like we have to get a friend. Oh oh. Not good. Not good at all. Holy shit. I need you now. Falsche Taste. Was können wir denn hier machen? Jody? Where are you? So, das war mal der. Und dann können wir uns nochmal um ihn hier. Ah shit. Können wir mit dem Typen dann nix machen? Doch, dem können wir seine Wand einreißen. Und jetzt geht's. Na also. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und dahin. Oh. Sag mal. Da konnten wir aber jetzt grad nichts machen mit Iden, hätte ich gedacht. We need to get... Ah. Na ja. Na ja. Mit dem Typen können wir schon was machen. Da geht er down. Und das war's mit ihm. Jetzt sollten wir weitergehen können, hoffe ich. Oder? Wo schießt der? Doch der Spack oder schießt noch. Aber der sollte jetzt da grad mal nichts machen. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt können wir uns mit Iden um ihn kümmern, nehme ich an. Sehr schön. Und du gehörst zu uns. Ach so, in die Richtung. Kann ja mal passieren. So. Na dann. Erschieß mal deinen Freund. Und dann dich selber. Oh. Nicht nötig. Okay. Die Kugel hätte ich mir aber auch gespart. Oh. You son of the fuck. Hey. Au. Ach so. Sie wollte sich wegducken und nicht angreifen. Jetzt greift sie an. Okay. Ah. Scheiße. Oh. Leck, 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 leck. Lululululul. Lululul. Jetzt aber. Holy shit. Au. Hehehe. Nix gibt's, Freundchen. Jawohl. Alter. Der war knapp. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Es wird schnell hell geworden. Verdammt schnell. Oh. Der Sonne ist reißen. Oh. Es wird es schwer machen, nicht gesehen zu werden. Der Tor. Der Tor ist da. Der Tor ist da. Das ist, wo ich jetzt gehen muss. Was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren? Ihr Leben? Wie geht das? Du solltest nicht deine Leben verlieren! Sehr schön! Der Panzer ist vorbei! Dann kann es weiter gehen! Komm! Jetzt geh auch weiter Mädel! Jawohl! Sehr schön! So! Durch welche Gassen führt es zu diesem Turm? Alter! Das Bild von dem Typen ist sogar an die Wand gemalt! Was ist mit dem Spacko da oben? Ah, er ist zu weit weg! Da kommen wir mit Aiden nicht dran! Holy shit! Ah! Na, Salim kennt natürlich einen relativ sicheren Weg! Find ich gut! Was ist mit dir? Oh! Das ist nicht gut! Oh je! Ja, leider können wir jetzt gerade für ihn offensichtlich nichts tun! Die Zivilisten sind immer die Opfer in solchen Sachen! Leider! Leider, leider! Aber wir haben jetzt leider andere Probleme auch um die wir uns kümmern müssen! Wir müssen hier selber lebendig durch! Oh! Okay! Kann ja keiner ahnen! Wir gehen direkt durch! Bleib dicht, okay? Quick! Hilf mir! So, ein kleines Schutzschild! Damit sollten die beiden tatsächlich durchkommen! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Und du? Ja! 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 please! Ah oh! Holy shit! Ist doch bloß keiner auf uns schießen! Um vor ihm zu schießen! Oh oh! Darum ist eine. Oder war einer. Und Salim hat sich um ihn gekümmert? Ich weiß es gar nicht. Alter! What the fuck is wrong with you? You son of a fuck! So, Aiden. Come on. Wo ist er denn? Der Spucker war doch hier irgendwo. Hä? Okay, dann halt nicht. Hä? Wo rennen die hin? Kennen die einen sicheren Weg? Ja, offensichtlich. Na dann, hinterher. Hinterher. Eine Schule. Die armen Kinder. Äh, gehst du durch die Tür? Na, wenn man mal überlegt, wie viele Kinder hierbei wahrscheinlich gestorben sind wegen so einem sinnlosen Krieg wahrscheinlich. Nicht allzu schöner Gedanke. Dafür revanchieren wir uns ein bisschen bei den Typen. Wäre jetzt einfach mal mein Vorschlag. Oh. Dumm, didum, didum. Du bist auch dran. Alter! Holy shit! Ach, und er fährt jetzt in die anderen beiden da vorne. Alles klar. Also nehme ich jetzt einfach mal stark an. Dass Aiden ihn das machen lässt. Beziehungsweise wir. Ah, okay. Nein. Wir können da jetzt aufsteigen. Ha! Viel besser eigentlich. Okay, schön einfach in Deckung bleiben. Oh, oh. So wichtig ist es nicht, dass wir hochgucken. Wichtig ist, dass wir unentdeckt bleiben. Ah, was die aus dieser Stadt gemacht haben, ey. Ist einfach nur noch ein Trümmerhaufen. Das ist echt grausam. Oh je, eine Barrikade. Open the fucking gate. Und durch. Und durch. Oops. Oh nein. Nein. Au. Komm schon. Schmeiß ihn aus dem scheiß Auto. Nein, endlich. Jetzt kommt der nächste. Oh, oh. Ich hätte einfach nicht durch die Barriere fahren sollen, glaube ich. Das war wohl eine eher schlechte Idee. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Hey. Oh. Nicht gut. Holy shit. Alter, pack die Knarre weg. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh. Not gut. Ja. Der nächste Willper. Alter. Verdient hat er's auf jeden Fall. Oh. Fuck. Wo sind Jodie und Salim? Oh, kurzer Dank. Alter. Okay. Ich f*** ab. Ich geb's ja zu. Es war nicht schlecht, die Idee, da durchzubrechen. Oh, wir haben's geschafft. Das ist wichtig. Ich muss gehen. Entstehst du, Salim? Sorry, aber... Du kannst nicht mit mir kommen. Du bist wirklich brav, Salim. Du bist wirklich brav, Salim. Und du bist wirklich brav, Salim. Und du bist wirklich brav, Salim. Und du kannst einfach zurückkommen, als ich ein Kind sein kann. Du bist hier irgendwo, wenn du bist, wenn du bist, wenn du bist. Wie viel Kindheit er bis jetzt tatsächlich hatte. Vermutlich nicht allzu viel. So, wo ist Jamal? Ich reiß dem Typen den Arsch auf. Und zwar so richtig... Nein, nein, nein. Okay, jetzt hab ich schon gedacht, sie springt drüber. Hey, holy shit. Wärts nicht so gut gewesen. Und da geht er daun. So. Was ist der Turm? Naja, wie wär's mit dem hier? Yes, not a problem. Where is this fuck-tot? Hey! Den Bonus lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ich werde nicht mehr in die Nähe kommen. Du musst es tun, was du sagst. No problem. Gotta keep a low profile. Ah. Mit ihm können wir das Ganze doch erledigen, denke ich. So. Maschinen wir jetzt einfach rein und erschießen Jamal. It's that easy. Shit. It wasn't that easy at all. Gibt's hier oben irgendwas, was wir benutzen können? Hm. Ne. Irgendwie nicht. Gibt's ja gar nicht. Sag mal, wie? Wie können wir uns hier um ihn kümmern? It's not that easy. So, er ist auch keine Option mehr. Schau mal, um den Spackel können wir uns kümmern. Das machen wir so rein. Einfach mal. Einfach mal. Rein, weil er mir auf den Sack geht. Einfach nur so. Da ist noch einer. Na, schau mal an. Gut. Die holen wir uns jetzt einfach. Perfekt. So. So. Ich muss es tun. Ordner oder Ordner. Der Mann hat Blut in seinen Händen. Er ist verdammt, um zu sterben. Komm her. Ich kann das tun. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Fenster. Da hinten. Da ist ein Fenster, das direkt zu ihm hin zeigt. Da schießen wir einfach durch. So. Und jetzt? Geht nicht. Mist. Kann der da einfach rein? Ich weiß nicht. Der andere Typ gerade wurde aufgehalten. Ja, komm rein. Einfach so. Jawoll. Ja, komm rein. The job is done Let's open the door But how? Ah, die Tür Okay Kein Problem Na dann Let's see if Jamal is really dead Da hinten war er An die Wand wurde er geschleudert No Okay, ist mit Sicherheit Kein allzu schöner Anblick So, wo liegt Jamal jetzt? Schau mal hinten an die Wand Da liegt er Salim? Er ist dein Vater? Alter Das ist jetzt mal richtig hart I need to Oh, mit sowas muss man erstmal leben können Was man dem Kind grad seinen Vater genommen hat Oh shit Holy shit Lauf Ah Shit Oh je Komm Jody Na Hey Geht's noch? Alter Komm, rein da Alter Was macht man so? Ah, da ist ein Schacht Da müssen wir rein Komm Steh auf Jody Nein Du erschießt dich jetzt nicht selber Pack die Waffe wieder weg Nein Nein Ich werde hier nicht sterben Nicht so wie das Es muss sein Komm Schau Schau Ich werde hier nicht sterben Ich werde hier nicht sterben Ich werde hier nicht sterben Ja, komm Komm So, komm, das Bein ein bisschen reparieren. So. Na dann, komm, steh auf. Komm, 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 komm. Und dann, ab die Leiter rauf. Aber schnell. Nimm die Leiter mit. Oh, schon wieder ins Bein. You're fucking kidding me. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Come on. We'll get you out of here. Oh Gott, oh Gott! Gerade noch rechtzeitig. Äh, wirklich in allerletzter Sekunde, dass sie die daraus geholt haben. Ja, puh, das war mal eine mehr als actiongeladene und sehr emotionale Folge. Wir beenden sie auf jeden Fall hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.